Es war aber knapp. Das war total dämlich. Das war wieder unser richtiger Throw. Amuno hätte da sein können. Er hat so viel Zeit, dass er umdrehen kann. Ich weiß nicht, warum wir kämpfen. Oh nein! Lenk die unten ab, ich mach den Power oben. Der, was unten war, ist tot. Achso, ja nice. Jetzt kann mich keiner um 1 und 1, 1 und 1 mehr fighten. Ah ne, da kommt mir nicht rein. Nicht 1 gegen 3. Hier ein Stück oben. Ja, pass auf, die kommt jetzt nach unten. Ich komm aber auch mit drunter. Obwohl, hm. Hat der Ulti ready. Wenn du sie triffst. Oh Leute, könnt ihr mir entgegen kommen? Super nice. Danke. Also die Morgana könnte ich easy weghauen. Beide eigentlich. Steck. Hatt. Ich kann manchmal schlafen. Oh. Nein du. Erst, erst, erst komm. Achtung Moment Morgana noch Schade Oh 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 Revolution 4 Oh 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 Ich glaub, ich mach lieber noch ein bisschen Schaden, bis ihr da seid. Ah, naja. Ops. Oh, 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 oh. Nice. Komm, da können wir eigentlich pushen. Ich suche, dass er in Dominion steht. War okay. Lass mal back gehen. Alle ziemlich low. Oh, da unten gibt's Farmen. Das war so ein richtiger Farmer-Boy, hm? Muss, ich hab die ganze Zeit, ich hab erst 85. So, ich hab jetzt Spirit Visage, ich baue jetzt als nächstes War Mox. Hat er hier auf jetzt schon 3600 Leben. Und macht gar nicht mal so schlechten Damage, ja. Echt okay. Wir sehen, wie ich vorhin, die, die, äh, die Ding aufeinander genommen hat. Ich bin bereit. Ich steh halt drin, ne. Ich bin halt einfach drin gewesen. Oh. Danke. Oh. 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 Ignite. Haha. Ja, einfach back. Schau mal, ich bin halt wieder voll, ne. Es ist so geil, ey. Garen ist so cool. Hast du gesehen, wie viel Leben ich von der Lange gegangen bin? Ja. Das ist Garen. Oh, das ist so mächtig. Oh. Ich pushe jetzt nicht. Komm da. Oh. Nein, weg da, weg da, weg da. Oh, nein. Oh, nein. Komm, nicht. Oh, nee, wetter. Oh, nee. um nachfolger kräftigen leben niemals er war mein wert und wie beziehungsweise eigentlich war es nicht mein bett das würde ich auch alleine oben er hätte so viel machen können jetzt waren alle weg ja das ist toll aber das siehst du obwohl ich jetzt echt mega tanky bin die brauchen ewig um mich zu damagen und ich mache den guten schaden ja du sollst echt mehr farmen dein farm ist echt miserabel du musst wirklich mehr farmen ok das bringt nichts wenn du die ganze zeit fightest du bist zwar wichtig aber du hast nicht dementsprechend die kills dass du dir das leisten kannst nicht zu farmen weißt du wie ich mein bot lane top lane irgendwo wo halt viel farm ist guck da oben sind jetzt auch wieder so viele und du bist lieber irgendwie auf die bot lane wo nichts ist und gegner sind als alles andere brauchst du mehr farmen definitiv das ist 100 farmen ist zu wenig minute 31 ja 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 jetzt zum beispiel kannst du also wenn du sobald du wieder lebst kannst du unbedingt top gehen musst du top den farm nimmst bloß die eine wave die da steht und dann gehst du wieder und kommst in die mitte oder so aber hauptsache du hast erstmal wieder diese 10 fahren nice asozial na komm du stirbst auch ich denke da mal ne w rein mal du hast was oh ammo ist so scheiße ich glaube ich oh mein gott er hat voll AP ammo ja aber warum macht er keinen damage wenn er full AP ist die war hard life keine ahnung und er hat MR statt und ulti hat er auch ready nur ein junger kreft an möglichen ob ich kann ich hab's ja gesagt ja guck mal meine stats hallo ja wo meine stats hallo ich hab mehr sofort ist ja auch viele das muss ich angewöhnen das ist ganz wichtig fahren ist das man plus ultra in diesem spiel kristi ganz alleine aber es ist echt fahren das wichtigste und jetzt stehst du wieder zu viel zu die gegeben auf jeden fall back die kommen jetzt hoch ohne nein oh mein gott ein autohit hätte gereicht, da wäre die tot gewesen lol und ich hab's close, aber nein den Baron die macht er ja du bist auch weg geht, geh weg fuck, das war richtig spät ich bin dauerhaft das ganze ok ich bin dauerhaft so was war nicht krass das kann ich alleine nicht halten nie im leben auch wenn ich komme ich bin dauerhaft also wenn wir das verlieren wirklich, hä, dann äh dann hat er echt das Lust, leute doch jetzt drücken, komm wir wissen die das sind ja sie haben halt die haben halt das was wir nicht haben das stimmt nicht stimmt ich sehe ein zwei jetzt nachher gerne mal gucken wie viele worte spiele darf ich ja dann in der aufnahme er kann sie auch am schluss im 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 Review Oh, sorry. Oh, nee, nicht treiben. Drexler. Unsere Taten formen unsere Zucht. Vorwärts! Wie war denn? Zwei? Dann bin ich schon auf dem Liechten im Leben. Aber nur noch. Die Borderland fischen. Pass auf, pass auf, oh Gott. Das war Greedy. Das war mega Greedy. Ja, geh weg. Ja, geh weg! Was? Oh Mann, Alter. Wirklich. Wirklich. Was war denn das? Ja, du bist tot, ich nicht, Alter. Du gehst rein wie ein Gott. Weil ich baub bin, ich kann weg. Nee. 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 Zwei Moti. Zwei Moti. Weedie, du gehst jetzt oben den Farm abholen. Bot Toplane. Ich? Äh, nicht du. Äh... Keine Ahnung wie der heißt. Ah, okay. Dennis. Ja, schön. Ja, komm. Ich bin im Dauerspun, ja. Mehr fun geht nicht. Und die Reha waren nicht mehr dabei, ja. Wir verlieren viel gegen Kult. Wenn alle hinter Ul stehen und so. Den wundert's. Ja. 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 Sonst mache ich mehr Schaden als die meisten von euch in der SC. Das bringt dir was als Supporter? Gar nichts. Merkbar? Sehr schön. So. Hopp! Ja! Bad Game! So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen!